so jetzt müsste ich hier nach links um darüber zu kommen ja da nach oben Oh. ich hab dich gesehen lohnt sich jetzt einen abzuknallen oh oh war rechts vor mir wir sind jetzt da Geräusch gehört noch wenig munition hier oben kriege ich keine Überraschung mit mir hier oben hier oben hier oben hier oben hier oben K Ok schauen wir mal dann bin zu spät das Zeichnen ist weggegangen. Dort hinten mit dem Panzer war noch einer. Oh, das wäre irgendwie voll cool. Den hole ich mir. Sieht aus wie ein guter Aussichtspunkt. Nicht geklappt. Ich wollte mit dem markieren. Da oben. Da ist eine. Da ist noch eine. Aber ich kann die nicht markieren, irgendwie. Ich versuche es, aber er will nicht. Da oben. Oh, 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 oh. Wir gehen einfach mit unserer Mission. Oh, da ist noch einer. Das ist schlecht. Es sind noch zwei. Die Panzer? Oh, da ist noch ein Millimeter. Oh, da ist noch ein Millimeter. Los, weiter. Geh rüber. Er springt nicht drüber. Oh, oh. Okay. Irgendetwas. Da ist noch ein Scharfschützer wahrscheinlich. Sabotiere den Fuhrpark. Optionales Ziel. Kein Interesse. Sind nicht beide explodiert. Wachsam bleiben. Ich glaube, ich will da ganz nach oben. Meldung. Meldung. No. wie ist doch voll klar sein na einen Granatenwerfer das ist ja nicht normal dann machen wir das so den gefährlichen zuerst braucht 100 tage lebt den kopf wieder jetzt gehen wir in Deckung einfach weiter ich habe nur noch wenig munition eine munition mehr wir müssen die ein bisschen durchsuchen vielleicht haben wir Glück nichts gefunden das ist auch sehr interessant es sind Soldaten die auf uns schießen können und die haben nichts drin keine einzige munition schauen wir mal ob der was hat eine Landmine da haben wir nichts zum exponieren lassen vielleicht nehmen wir dann doch sein Ding da haben wir ein bisschen was ein Granatenwerfer äh Raketenwerfer da ist noch einer zwei Raketenwerfer joa dann nehmen wir das Stein im K gegen links tauschen Panzerschreck da ist er jetzt ist die Frage schießt die gerade komm schießt noch einmal Junge die brauchen aber auch zum nachladen es ist nicht zerstört worden kann man sich nicht vorstellen und ich kann nicht schießen was hier ah ich bin zu nah okay Arm oder Niere also also Täuschen aber was mache ich mit dir wie kriege ich dich kaputt oh ja hätte ich das mal gleich gewusst neues Ziel drifte ich wieder mit äh okay jetzt haben wir hier voll die Armee ist jemand vielleicht schon unter mir da oh schieß ich bin wieder zu nah an dieses an diese Ecke und deswegen schießt er nicht und der nächste und der nächste auch schon So mag ich es lieber, wenn es ein bisschen schneller geht als nur zu schleichen. Ich glaube das waren alle. Ah na, da sind noch Stimmen. Da ist gar nichts mehr. Gut. Schauen wir kurz die Karte an. Wo müssen wir hin? Wir gehen links halten. Und dann irgendwie da rüber. Okidoki. Der Rotat kann emulsion. Und dann haben wir 20 die Granate. ...müssen mehrmals getroffen werden. Könnte jetzt... ...Stress bedeuten. Okay. Oh, das ist Package nicht. Okay. Okay. Ich muss durch den Schlitz von dem Fahrer nur schießen. Beck, geht das auch? Wollt ihr sagen ja? Jetzt? Also die zwei Panzer sind put. Oh, oh, oh. Kommt der jetzt in meine Richtung? Oder willst du mich verarschen? Jetzt kommst du. Okay. Erleben jetzt wieder alle? Hoffentlich nicht. Okay. Okay. Das ist neues, optionales Ziel. Okay. Das haben wir schon gesehen. Okay. 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 Okay.